heiho willkommen bei einem sichtbaren neuen projekt wie es ausschaut und ich fühle mich so eingeengt in einer kapsel und vorn steht unser runder kleiner freund namens er ist stumm geworden um ein gott wo wir befinden uns hier nämlich bei portal 2 wie man wahrscheinlich auch im folgentitel schon sieht und ja wir haben es geschafft wieder den drucken obwohl jenseits der grenzen ist ja hier einzuladen und das spiel verlangt vor uns dass wir eine geste machen sollen da stellt mir die frage geste oder geste nicht willst du denn ich gehe ja so ein bisschen gut dann probieren wir es mal wir machen meine geste wir sollen uns ja zuwinken wort uns am anfang gesagt soweit ich weiß genau hallo und ich denke mal zurück oh mein gott ich bin nicht gut in teamarbeit ach ja ich sollte dazu sagen dass wir beide den multiplayer mode noch nicht gespielt haben also ist das so eine art blind spiel oder so genau also interessiert ich habe portal 2 auch nur im single player gespielt auch jemand hat es mir vorgeschlagen dass ich einmal portal 2 mit jemand anderen im co-op spielen kann ja ich hab dich gepinkt und ja du pinkst mich ja hallo und mal aufhören du sollst dein lieblings ja reden grad ja auf jeden fall wird mir auch gesagt ich kann das ja mal im co-op spielen weil ich das noch nicht im co-op gespielt habe und im einzelplayer habe ich aber schon durch und da war das für mich nicht so ja schwierig also wissen nicht ich hatte schnell durch und bei dir du hattest es auch schon um einzelspieler gespielt aber noch nicht doch doch bloß eigentlich multiplayer gut und deswegen machen jetzt multiplayer deswegen habe ich auch den ganzen anderen kram hier nicht mit reingenommen zwecks gedönst ne oh mein gott ok also mein lieblings element ist eindeutig ich weiß gar nicht mehr für was was steht nimm einfach irgendwas ja ja guck sie dir an wie interessant meine wahl ausgefallen ist nimmst du nicht genau und freilich und ihre reihe sein für diesen test gebe ich vor der hallo zu sein zeigt mir mit hilfe eures ping-tools wo ich eure beiden portale platzieren soll in die meint die stelle an was soll man bringen haa wo wir ein portal haben wollen ok ich weiß nicht wie das in zwei Okay, bei mir ist eigentlich der Boden kaputt gegangen. Ich war eigentlich runtergefallen, aber ich habe mich irgendwie retten können. Stirb! Solltest du nicht deine Portalgun mal nehmen? Oh. Orange hat nun ein Portalgerät. Das wäre intelligent gewesen, aber ich dachte mir so nötig. Zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Juhu, auf den Vorsprung rauf. Ich bin so gut. Ich habe das Rätsel ganz allein gelöst. Hallo. Das ist ein Shooter, ne? Ja, ja, ja. So, ähm, ja. Ich soll auf den Schalter hier gehen, damit der liebe Draken hier durch kann. Keine Abweichung erkannt. Bist du gehört? Keine Abweichung erkannt. Nur haben wir gerade ein Problem. Ja? Mit? Wer wo? Ich habe nicht geguckt, wie lange die Folge geht, aber egal. Das kriegen wir irgendwie schon hin, ne? Ah. Ey, warum hast du da gerade meinen... Wo hast du das eben gerade weggemacht? Was solltet das? Ja, weil du hier durch musst. So. Ja, aber eben gerade nicht. Ach so. Oh. Die Steuerung ist noch ein bisschen angewandt. Hau rein. Ja. Ich wusste ja nicht, dass du da erst noch durch musst. Was mich irritiert ist, dass mein Ton ab und zu hier, mein Mikrofon, äh, automatisch lauter und leiser wird. Reaktiviert man hier Gegenstände. Hallo. Auf E. Das habe ich mich auch gerade gewundert. Oh, auf E. Ja, das klappt. Yay. Oh, ich habe einen Würfel. Das ist aber kein hochqualitativer Companion Cube. Ne, der noch leider nicht. Ah, ich habe die ausgetrickst. Ach, scheiße, der kann mich nicht mehr bewegen. Shit. Wieso willst du mich austricksen? Ich habe dir nichts getan. Das ist pvp. Yay. Oh Gott. Da wollte ich gerade in die Lava, äh, in die Lava, sage ich schon, in das Wasser springen. Hallo? Dir da was gegeben? Ja, das ist weg. Du musst, glaube ich, aufkommen. Yay. Beine. Ich glaube, du musst mir den geben. Das ist nämlich relativ gut. Ich glaube, ich glaube, das ist ja durch, ne? Eins. Und, hey, ich wollte den schmeißen. Ach so, ich muss den denn hierhin geben. Habt ihr da was hingelegt? Ja, das dann, ne? Warte, ich schmeiße das jetzt rüber. Ja. Hat wunderbar geklappt. Du musst mir immer zurückschmeißen. Ich wollte mal schmeißen. Ja, ich war gerade so ein bisschen verwirrt, warum du mir den geben hast. Ich wollte einfach mal gucken, wie es aussieht, wenn man schmeißt. Ah, okay. Also, falls es mir irgendwen interessiert... Oh. Wir sind gerade so ziemlich... ...ääh, auf der anderen Seite der Welt jeweils. Musst du da irgendwie ein Portal hinschießen oder so? Ich glaube, ja. Ja, dann musst du nochmal hier zurückkommen, genau. Einer da. Ja, äh, ist ein bisschen hoch, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Oh, du musst wieder auf den Schalter gehen. Ja. Ich dachte, du kannst so hoch springen. Tut mir leid. Habt nicht überrascht. Ja, nee, so gut bin ich trotzdem noch nicht, äh... Hallo. Hallo. Ach so, ich muss zum Schalter wahrscheinlich, ne? Eeeh. Eeeh, danke. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Oh, guck mal, hier kommt Fett. Oh, okay. Yay. Ey. Ja. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Warum hast du jetzt eingeklatscht? Ich hab gar nichts gemacht, ich hab' automatisch gemacht. Jetzt erwischt. Ja. So, okay, wir haben's geschafft. Yay. Yay. Mir gefällt, dass ihr besser. So, du musst, äh, ja. Es wird nicht funktionieren. Ein, mir gefällt, dass ihr besser. Yay. Irgendwie passiert nix. Ach, du sollst ja immer meckern, also wirklich. Hallo. Ich komm nicht durch. Ich bin eingesperrt. Oh mein Gott. Warum werden wir bestraft dafür, dass wir's geschafft haben? Ja, wir werden erstmal voll auseinandergenommen. So, das war das, äh, Einführungslevel. Mal schauen, wie der Rest so wird. Wie gefällt es dir denn bisher? Danke, dass Sie die Tests abgeschlossen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie nun die Teststrecke Ihrer Wahl wiederholen. Hä? Ich fähig grad auf, du hast ja keine Fahne am Hintern. Ja, was nun? Jetzt ist doch hier, äh, äh, äh? Gerade eben hat er zu mir gesagt, danke, dass Sie's, äh, getestet haben. Guck mal, wie viele Schritte ich schon gegangen bin. Haha. Team Aufbau ist eins. Ah. Ich bin grad verwirrt. Ja, ich glaub, es liegt daran, dass... Waren wir grad in eins, oder machen wir jetzt nicht das? Also nicht, dass wir das hier wieder nochmal machen. Ich weiß es grad nicht. Ich glaub, wir müssen nach zwei. Ich kann mich aber auch irren. Falls ich mich irre, tut mir leid. Wo bist du jetzt hin? Ich geh mal in zwei. Äh, ich hab mal hier gewählt. Zwei, komm mal her. Oh, was ist das? Ich bin schon in zwei. Du bist schon da drüben. Wie bist du da hingekommen, nach da vorne? Ich seh schon. Ja, ich glaub nämlich, das Problem ist hier, äh, ich spiel nämlich mit einem bestehenden Account. Was bist du hier? Das mein ich ja, da musst du jetzt zwei eingeben. Ich glaub mal, das wird zwei, oder sind wir eins? Ich guck mal eins, dann müssen wir hier durch, glaub ich. Ach, weil Key das schon mal mit mir gespielt hat. Ja, weil, äh... Sollten wir ja nicht in eins reingehen? Hab ich doch gemacht. Nee, ich mein da vorne. Und da denn eins, eins wählen, oder wie läuft das? Nee, ich glaub, du kannst hier... Ich glaub, da ich das schon durch hab, kannst du überall jedes Level wählen, also da Key da schon durch hat. Aber du siehst ja hier, guck mal... Sei verflucht, Key! Du siehst ja hier, orange hat ja alles voll. Aber oben, das bei dir ist noch nicht... Da ist noch kein... Keine Farbe. Also ich glaub mal... Sagt da Abschnitt zwei. Abschnitt zwei, eins. Und das hier, wiii! Achso, stimmt. Ja, dann versteh ich's jetzt. Dann weiß ich jetzt. Dann müssen wir da rüber zu eins. Und dann eins, eins nehmen, würde ich mal sagen. Manche muss hier mal rauskommen, so. Genau. Erstes Problem, wie gesagt, meine Freundin... Das ist von meiner Freundin der Account hier. Ich wollte mir jetzt extra nicht Portal 2 nochmal holen. Wenn es schon da ist. Und deswegen sind wir wohl wahrscheinlich hier gestartet. Und noch ein Ladebildschirm. Wieder lauf ich dir, oder du läufst mir hinterher. Ich weiß nicht, wie's bei dir ist, wie rum. Ich war so noch auf die Gelegenheit, dir in den Rücken zu schießen. Ah, mit einer Portal Gun. Ja. Du willst dein Portal in mich aufbauen und dann... Oder in mir aufbauen. Hier geht es um Teamarbeit. Yay, Teamarbeit! Teamwork! Uh! Yay! Ich kann Tab drücken, um deine Perspektive zu sehen. Ah! Hey! Was machst du da? Hey! Ach so, du willst da raus. Sag das doch. Wenn ich hier drauf gehe, geht die Tür da dann auf? Ja, passt jetzt so. Geh mal raus. Hallo. Machen wir mal drin ein Portal. Ach, du hast schon. Okay, dann mach da mal noch eins. Danke. Okay. Hallo. Tschüss. Hey, du hast mich weggeschobst. Yay! Das ging ja schnell. Ja. Geh jetzt ganz dazu weiter, dass wir da einen Ladebildschirm bekommen? Wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Ach ja, ich hab das Spiel in Englisch. Ich frag mich, ob die dieselben Sachen sagen. Ich hab's auf Deutsch eingestellt, also. Hat die auch gehört, bei dir über Albert Einstein gelabbert? Ja. Dass nur einer von beiden berühmt wird und so. Wie gesagt, was mich nur gerade wundert, ist, dass mein Mikro ab und zu lauter und wieder leiser wird. Ist das bei dir auch so? Bin ich ab und zu lauter? In einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Merkwürdig. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Ja. Hey. Hallo. Danke. Tapp, um die Partnerperspektive zu sehen. Ja, beobachten wir dich mal. Okay, da hab ich verstanden. So, lass mal auf da bei dir. Ja, ich muss den mal wieder drücken. So, und dann gehst du jetzt mal da hinten durch. Mach mal nochmal auf. Danke. Du, 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 du. Man wird nicht gehen die Wand springen. Nee. Ich hab gehört, wenn wir machen, Aua. Sieg alle gepolstert. Siehst du? Siehst du? Yay. Wow. Hallo, lass mich durch. Yay. Yay. Aua. Ja, haha. Das war fies. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Was passiert? Also da muss jetzt ein Balli rein. Balli! Gib mir einen Balli! Balli! Ball! Was passiert? Eine Zeitschaltung irgendwo. Okay. Ah, nochmal gucken. Ich guck mal, da oben. Vielleicht müssen wir die in der Reihenfolge aktivieren, die Schalter. Stimmt, das kann ja... Ich glaub, alle müssen aktiviert werden. Dass wir dann bestimmte Zeit haben. Dann komm mal hier runter, da drüben ist noch einer. Okay, das heißt hier... Dass du den... Ja, auch hier. Okay. Dann los. So, drei. Yay, wir haben Balli gekriegt. Ball spielen. Ball. Äh, gib her. Gib den Scheiß mal her. Nein, Balli, Balli. Ah, fuck. Balli. Du hast ihn weggeworfen. Ja. Das war Absicht. Darum bekommst du nie gute Spielzeuge, weil die du mir wegwirfst. So. Wow. So, ich glaub, der muss aber hier rein, ne? Nein, muss er gar nicht. Er gehört jetzt mir. Hallo. Pack den Ball gefälligst da rein. Aha. Sonst werde ich wütend. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit überlegt hat. Verdammt. Ist mir voll die Tür vor der Nase zugemacht. Ist nicht nett. Und wieder weg. Und noch Ladebildschirm. Ich hoffe, die Level werden etwas länger, sonst verbringen wir die meiste Zeit im Ladebildschirm. Ja, das stimmt. Das hoffe ich auch. Und ich hoffe mal, mein Mikro wird sich nicht in der Aufnahme so leise anhören, weil meine... Kannst die ganze Zeit rumschreien. Ja, weil meine Dings hier, diese... Lautstärke-Ausschläge sind manchmal richtig hoch, aber manchmal wieder richtig klein. Und da hab ich jetzt halt Angst, dass... Nein! Fürchte mich. Fürchte mich. Fürchte mich. Hilfe. Nachverflucht. Yay! Wir haben das Rätsel gelöst. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Genau dasselbe. Na, wenigstens sind jetzt nur zwei Abschnitte. Ach, da oben. Ach, scheiße. Soll nicht mal zwei Mal auf die klicken. Ey! Hihihi. Naja. Hast du davon? Hallo, du kannst mich kaputt machen. Ah, 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 ah. Bin traurig. Und betrübt zugleich. Uh. Wir müssen mal wissen, was Zeug davon irgendwie runter machen. Ey. Haha. Guck mal, ganz niedliche Torrets. Hallo? Ah, okay. Ich glaube, du kannst du die Torrets damit killen, bestimmt. Wahrscheinlich. Hahaha. Ach, nicht ganz. Ich kann es ja mal probieren, Moment. Du. Was soll das? Monster. Die gelöst uns. Monster, du. Kannst du es wagen? Ja, die haben mich Monster genannt. Boah. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für euch. Rache süß. Nein. Nein. Oh, ich sollte nicht selbst da reinrennen, das ist nicht so praktisch. Tja, wie kriegt man denn jetzt dann den Dings hin, diesen Laserstrahl? Müssen wir den hinkriegen. Na hier. Ach, warum? Ah, okay, wir müssen glaube ich mehrere Sachen treffen. Oh, 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 oh. Muss, glaube ich, hier so, hier so hin. Ja, das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Geht das da durch? Ja. Oh, das geht da durch, das wusste ich nicht. Oh, das öffnet ja ganz neue Möglichkeiten. In diesem Puzzle ist es meist irgendwie gerade. Ich glaube nicht, dass es eine schräge Antwort ist. Ich glaube dann hier, dann hier, dann geht das und mach du mal da vorne rein und dann da oben. Mach hier oben eins hin. Genau. Oh, bin ich gut. Ja. Oh, hier habe ich was gefunden. Mit Spatze kannst du springen. Ich habe was gefunden. Ich hink für dich. Ey. Ich habe die Säcke rausgesucht. Ich habe es doch wieder genommen. Torred, komm mit. Es ist tot. Ihr Monster. Oh. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ja, klappt doch soweit ganz gut. Ich glaube, damit können wir vielleicht die erste Folge schon mal beenden. Wie viele Minuten sind es denn jetzt? Also laut der Sprachaufnahme 21. Ah, okay. Gut, das reicht. Genau, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier... Ja, nachdem wir Scherich-Stamp spielen. Genau. So. Also. Bis dann. Du hast es jetzt so ein bisschen ruiniert, dass du hinter mir stehst. Oh, Entschuldigung, sollst du noch mal... Ich frage uns natürlich richtig. Bis dann. Tschüdelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü